Was macht er jetzt? Oh nein! Hey Freunde, da bin ich herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu Garden of Banban. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Game ist dieses Jahr ganz frisch rausgekommen, ihr seht es unten recht, 2023. Und der zweite Teil wurde auch schon angekündigt und das Game ist extrem ähnlich zu Poppy Playtime. Scheinbar spielen wir in einem Kindergarten und die Viecher, die wir hier an der Wand sehen, werden uns hier scheinbar das Leben schwer machen. Wäre sonst ja auch zu einfach. Einfach nur im Kindergarten. Obwohl Kindergarten war schon eine schwere Zeit. Wow! Wir starten mal ein neues Game und hier steht, Eltern, die ihr vermisstes Kind suchen, ist Zeit sehr, sehr wichtig. Klicke auf die Uhr, um die Zeit vorzustellen. Okay? Muss ich das jetzt? Zeit reisen? Im Kindergarten? Und hier sind wir in Banbans Kindergarten. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, suchen wir unser vermisstes Kind. Aber das Spiel sieht richtig gut aus. Es wurde scheinbar von zwei Brüdern entwickelt und die machen daraus scheinbar eine ganze Serie. Wie gesagt, Teil 2 wurde auch schon angekündigt und ist auch schon in Arbeit. Und hier brauchen wir, denke ich mal, eine Keycard oder sowas, so wie das aussieht. Creativity Area. Kann ich hier rein? Kann ich diese Türen öffnen? Nee, kann ich nicht. Okay, wahrscheinlich müssen wir erst irgendwas finden. Hier ist eine blaue Keycard. Okay, die können wir mitnehmen. Eine blaue Keycard. Und damit können wir, denke ich mal, hier jetzt öffnen. Yes. Okay, yo. Die Tür hier geht jetzt auf. Hier ist eine Drohne drin. Okay. Und hier ist, ist das Banban? Nee, das ist Jumbo Josh. Ja, ihr seht schon. Extreme Poppy Playtime Vibes. Hagiwagi, Mami Longlex. Hier haben wir Jumbo Josh. Jumbo Josh sagt, Esst eure, esst euer Gemüse und eure Früchte, um stark zu werden. So wie ich. Okay. Danke für den Tipp, Bro. Und was ist das? Stinger Flynn. Ich habe viele Arme. Und so kann ich noch mehr Menschen helfen. Oder noch mehr Leuten helfen. Okay. Das ist eine Qualle. Das ist eine Qualle mit einem Auge. Okay. Oh, warte mal. War das hier? Ah ja, das ist der Mülleimer. Den habe ich eben umgeschmissen. Okay, was haben wir jetzt hier? Kann ich das mitnehmen? Das hier kann ich mitnehmen. Und kann ich damit jetzt irgendwas kontrollieren? Ah, die Fernbedienung braucht zwei Batterien. Okay, hier haben wir eine Notiz. Liebe Mama, ich verstecke mich in einem Raum, aber ich muss gegen die Monster kämpfen. Es ist die einzige Chance, die ich habe, dass Claire mich mag. Ich, Monster, Claire. Unser Sohn kämpft gegen Monster, damit Claire ihn mag. Okay, alles klar. Cool, cool. Ist das die Story? Wir müssen unser Kind finden, das gegen Monster im Kindergarten kämpft. Alright, let's go. Aber erstmal brauchen wir zwei Batterien. Und ich denke mal, dann können wir hier diese Tür öffnen mit zwei Batterien, denke ich mal. Oh, hier ist eine Batterie. War die eben auch schon hier? Hier liegt noch eine. Okay. Die sind aber eben erst gespawnt, oder? Die waren jetzt aber nicht, äh, nicht neu. Oder kann ich damit die Tür hier öffnen? Nee, oh lol. Damit kann ich jetzt diese Drohne kontrollieren. Ja, was macht die jetzt? Mit der linken Maus-Button benutze ich unser Toy. Ja, und jetzt? Macht das Ding die Tür auf, oder was? Oh! Ich hab's... Hier geht's hin teleportiert, oder was? Okay. Hä, und was... Muss ich damit vielleicht hier oben gegenfliegen? Nee, es fliegt immer gegen die Tür. Ja, hä, aber... Es macht die Tür ja nicht auf. Ich bin... Ich bin zu dumm für die Drohne. Ah, jetzt! Okay, jetzt fliegt die Drohne hier oben gegen den Knopf, glaube ich. Und dann geht die Tür auf, oder? Oh, warte, muss ich vielleicht den Knopf hier auch noch bedienen? Das kann sein. Hier auch noch gegenfliegen, bitte. Come on, let's go. Ja. Wow! Mit Schwung auch noch. Und jetzt geht die Tür auf. Yes, okay. Die... Wer ist das da? Hi. Okay. War das ein Truthahn? Es sah aus wie ein Truthahn. Das Ende ist hier. Oh, ist das hier? Oh, hier ist eine Glasscheibe. Da kann man gar nicht lang. Okay. Oh. Hier ist es dunkel. Kann ich... Oh! Oh! Wow. So ein riesiger Indoor-Spielplatz. Oh, da ist das Vieh, was wir gerade gesehen haben. Oh, Pillar Bird. Oh, Pillar Bird ist sehr hungrig. Gib ihm sechs Eier, um deinen Preis zu bekommen. Und Ball Pit ist closed. Okay, wir müssen irgendwie sechs Eier für den komischen Vogel finden. Alright. Und hier haben wir noch... Bambalina. Kindness is free. Okay, also man soll immer nett sein. Gut, gut, gut. Naughty Corner. Hier kommen die Kinder hin, die sich nicht benehmen. Und das ist Bamban. Bamban sagt, sharing is caring. Your Pancreas ist mein. Also ne, sharing is caring. Teilt eure Sachen, teilt eure Spielzeuge wahrscheinlich zu den Kindern. Aber dein Pancreas... Was ist nochmal der Pancreas? Ist auf jeden Fall irgendein Organ. Er will unsere Organe. Finde ich nicht so gut. Ähm, nee. Okay, und hier brauchen wir noch eine lila Keycard. Eine orangene Keycard. Alright. Und hier sollen wir jetzt ja irgendwie sechs Eier... Oh, hier ist schon ein Ei. Okay, wir suchen erstmal die Eier für den Vogel, glaube ich. Wir haben schon mal eins. Hier ist noch ein zweites im Boot. Okay. Ich hoffe, wir finden die alle hier im Raum. Und ich muss jetzt nicht sonst irgendwo hin. Hier ist Nummer drei. Kann ich durch die Rutsche? Nee, ich kann nicht durch die Rutsche. Okay, wir können aber hier runter... Was ist das jetzt hier? Ich habe irgendwas... Ich habe irgendwas aktiviert. Ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Oh, warte, da ist noch so ein Knopf. Okay, aber keine Ahnung, was wir da jetzt oben mit der Keycard aktiviert haben. Aber wir holen erstmal unsere Drohne hier gegen den Knopf. Come on, let's go. Drohne, let's go. Boom. Okay. Was kriegen wir jetzt? Keine Ahnung, was wir jetzt kriegen. Was passiert? Äh... Hallo? Oh, hier ist ein Ei noch. Sehr gut. Noch... Komm, gib her. Let's go. Noch eins. Fünf. Äh... Aber wo ist das sechste Ei? Eins fehlt noch. Oh, das liegt direkt hier vorne. Guck mal. War das eben schon hier? Ich weiß es nicht. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Sechs. Und jetzt? Wo ist mein Preis? Wo? Oh, da kommt... Oh, eine gelbe Keycard. Wir haben eine gelbe Keycard bekommen von dem komischen Monstervogel, der Eier frisst. Let's go. Okay. Und mit der gelben Keycard können wir jetzt, glaube ich, hier das gelbe Glas wegmachen. Und dann den Knopf hier drücken, ne? Weil eben haben wir einen Tipp bekommen, dass wir das hier... Okay, ne, scheinbar doch nicht. Okay, warte. Wir holen mal die Drohne hier hin. Und... Hier? Kannst du hier hinfliegen? Ne. Oh! Öh. Okay, jetzt aber. Einfach das Glas kaputt gemacht. Das gibt Ärger. Vor der Versicherung später. Aber wir drücken den Knopf. Und öffnet sich das hier. Und was kriegen wir hier? Einen Hammer. Und einen Zettel. Distraction at one. Ablenkung auf eins. Was bedeutet das? Ablenkung auf eins? Verstehe ich nicht. Was hat das zu bedeuten? Oh, warte. Kann ich mit dem Hammer diese Bretter hier wegmachen? Safe, oder? Safe ist da für der Hammer. Zack. Zack. Ja, hallo. Hallo. Lass mich auch durch hier. Okay. Wir sind jetzt hier... Hier sind blutige Fußspuren. Hier sind blutige Fußspuren. Und das hier ist die Ballpit, die ja eigentlich zu ist. Okay, was haben wir hier? Emergency Stop. Und dann... Jo, ich kann jetzt aber nicht einfach reinspringen, oder? Warte, hier gelbe Keycard. Gelbe Keycard. Mach die Licht. Mach die Licht. Oh, warte. Hier fährt was runter. Okay, was ist das? Muss ich hier drauf springen? Ich springe jetzt einfach hier drauf, okay? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Und jetzt? Kann ich... Ah, jetzt muss ich das hier... Oh, jetzt fahren wir hier rüber. Oh, okay. Oh. Boah, irgendwas ist hier hochgekochen. Seht ihr da die Fußspuren? Turbo creepy. Und ja... Oh. Hey. Ich wollte gern hier runter. Hallo, kann ich bitte... Kann ich hier jetzt... Okay, okay, ich bin drüben. Ich bin drüben. Oh, wir haben es rüber geschafft. Okay, okay, okay. Sehr gut. Hier ist... Was war meine Farbe? Woher soll ich das wissen? Okay, warte. Hier ist ein Zettel. Oh. Ich allein. Ich möchte mit dem... Mit dem Lochvogel spielen. Aber... Was? I want to play with the whole bird. But everyone left me. Alle haben mich verlassen. Alle haben eine Party ohne mich. Die Sätze machen grammatikalisch nicht alle Sinn. Miss Mason sieht mich, aber geht. Ich habe Angst wegen dem Loch. Weil das Loch laut ist und meine Freunde schreien da drinnen. Aber der Vogel ist so lustig. Ich glaube... Oh, hier ist die orangene Keycard. Also ich denke... Was ist das hier? Keine Ahnung. Okay, warte mal. Ich glaube... Kann ich hier... Okay, das ist nicht deine Farbe. Du bist orange. Du bist orange. Du bist orange. Das ist die Qualle. Die Qualle ist orange. Dieser Vogel ist dieses Lila, oder? Ja. Das Ding ist grün. Das ist hier... Dings... Äh... Josh. Wo wir das Gemüse essen sollen. Der ist grün. Das ist Bamban. Bamban ist rot. Das Ding hier ist weiß. Das haben wir eben an der Wand gesehen. Gibt es überhaupt weiß? Ja, das ist weiß. Okay, und der Kollege hier... Okay, warte. Muss ich jetzt ja eigentlich nur durchschalten, oder? Bis es richtig ist. Oh! Okay, ich weiß jetzt nicht, was die Farbe war. Aber es war richtig. Und jetzt haben wir die... Oh! Boah, dieses Zischen macht mich... Oh! Der Vogel! Oh, der Vogel kommt hier rüber! Nein, 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 nein! Stopp, stopp, stopp! Oh, ich kann da nicht hin! Ich kann es nicht rückgängig machen! Hey, stopp! Oh! Was will... Ey! Was will der Vogel jetzt von mir? Was macht er jetzt? Oh, nein! Ey, stopp! Ich ruf schnell die Drohne. Liebe Drohne! Bring... Ah! Ey, geh weg, geh weg! Nein! Hau ab! Hau ab! Die Drohne fliegt dagegen. Und jetzt? Ah! Nein! Wow! Der Vogel hat... Was war das? Hä? Was? Ein Strich. Was bedeutet das? E drücken, um wiederzubeleben. Okay, hab ich gemacht. Okay, wir starten hier neu. Okay, neu bei der Ecke mit dem Vogel. Okay, die Drohne ist jetzt direkt hier. Okay, der Vogel kommt jetzt hier rüber. Wir müssen dann direkt... Guck nicht so! Guck mich nicht so an! Du alter Otto! Okay, wir werden hier den Knopf drücken müssen. Und dann müssen wir bestimmt irgendwo hinspringen, schnell. Denke ich mal. Okay, come on, come on. Jetzt, jetzt, jetzt! Drohne, los, 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 los! Los, Drohne, los! Schneller! Der Turbovogel ist hier. Okay, jetzt. Wow! Schnell weg hier! Oh, der Vogel kommt! Ey, ey, ey! Okay, 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 okay! Weg hier, weg hier, weg hier! Oh, nein, ich kann nicht weg! Was? Was? Ich kann nicht weg! Nein! Okay, ich habe was falsch gemacht. Okay, offensichtlich das gleiche Spiel jetzt nochmal, Leute. So, wir haben... Ey, drück das Ding! Drück! Jetzt, jetzt, jetzt! Okay, okay, und weg hier! Okay, der Vogel ist jetzt hinter uns her, aber... Na, komm, 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 komm! Hier rüber, hier rüber, hier rüber! Und jetzt kann ich jetzt hier... Oh, ja! Ja! Wir haben den Vogel zerstört! Okay! Aber warte, der kommt hier wieder hoch, oder? Das sind doch Vogelspuren hier. Safe kommt der wieder hier hoch. Okay, aber wir haben es rausgeschafft. Okay, Alter! Okay, okay, was ist das für ein Spiel, Mann? Jetzt haben wir die orangene Keycard. Was können wir damit öffnen? Den orangenen Raum hier am Ende. Okay, das Ding hier war blau. Uga, buga, buga, uga, das ist Captain Fiddle. Okay, wie auch immer. Mach hier mal auf. Wo kommen wir hier hin? Hier ist ein Zettel. Boarding Pass von Adam Uthman. Von Montreal nach Madrid. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Äh, wir holen mal kurz die Drohne hier rein. Also, das ist ja ein Flugticket einfach. Wir haben jetzt ein Flugticket bekommen. Hier ist so ein Knopf, aber der ist noch nicht aktiv. Aber was will ich mit einem Flugticket? Ich meine, was soll mir das bringen? Kann ich am Computer was machen? Ne. Oh, hier unten! Da war ein Knopf. Ah, okay. Und jetzt kann ich hier... Okay, let's go, let's go. Okay, ich behalte mal den Gang im Auge. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass hier uns irgendjemand besuchen kommt. Was hat der Knopf jetzt aktiviert? Ich habe keine Ahnung, was der Knopf gemacht hat, ne? Nur... Ah, jetzt kann ich das hier drücken. Und... Oh! Der ganze Boden geht runter. What? Ja, und jetzt? Hä? Was ist das für ein Kindergarten? Was passiert denn hier? Hallo? Was ist das? Ein Fahrstuhl? Müssen wir jetzt... Yo, muss ich jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahren, oder was? Fährt der jetzt... Nee. Ey, der sieht schon richtig kaputt aus. Das macht es nicht. Wo fahren wir hin? Die Drohne bleibt oben. Da hinten ist der Vogel. Der Vogel war da hinten. Ich habe ihn gesehen. Wo? Oh, oh. Wo sind wir jetzt? Oh! Was zur Hölle? Oh! Was passiert hier? Oh! Wer ist das? Alter! Wow! Ey! Bro! Nimm deinen... Ah! Was ist jetzt passiert? Er hat unseren Fahrstuhl zerstört. Wo landen wir jetzt? Oh, das ist... Das ist der komplette erste Teil. Und dann geht es in Kapitel 2 weiter, oder was? Das kann man jetzt schon auf Steam-Wishlisten. Okay. Okay, Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diesen ersten Teil fandet und ob ich Kapitel 2 auch dann weiterspielen soll. Und wenn ihr mehr von solchen Spielen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall hier oben auf das Video klicken oder hier unten ein Abo dalassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.